so hallo leuchte willkommen zu einem neuen video und ja ich mache jetzt zwei videos a2 maps also ich habe insgesamt sechs insgesamt vier maps hier eine davon kennt ihr möglicherweise und die anderen habe ich noch nicht gespielt also lasse ich mich selbst auch überraschen wie diese map wird okay wir fangen mit der untersten an hidden buttons 6 also der name lässt schon mal sehr denken denn das ist was mit knöpfen zu tun hat also ich bin gespannt so lädt das ok hello willkommen zu hidden button 6 spice guide herobrine minus game mode 2 ok 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 peaceful ist ok 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 federfall ok panzer ok start stage 1 also ist nicht schlecht was soll man hier machen ist das ein labyrinth oder sieht aus wie ein labyrinth aber ich kann es mir jetzt gerade irgendwie nicht was soll das sein Okay, ich springe jetzt dann runter. Da ist irgendein Loch. Da will ich jetzt aber gerade nicht rein. Nicht unbedingt. Was ist das denn hier? Muss ich jetzt doch in das blöde Loch springen? Äh. In dem Loch geht es nämlich überhaupt nicht weiter. Warte mal. Äh. Muss ich doch wieder hoch? Alter Digga. Was ist das denn? Ist das so eine Map? Wofür soll die... Hm. Wofür soll das gut sein? Hm. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich hin soll. Und das Loch nicht. Ich muss hier lang. Komm ich hier wieder raus? Hä? Äh. Leute, ich habe keine... Moment, ich mach jetzt mal was. Ähm. So, ich will das jetzt mal wissen, was der Sinn bei dieser Map ist. Echt. What the fish. Wo muss man da bitte hin? Wo muss man da hin? Nicht zurückfliegen. Oh, danke auch. Ein bisschen schicken muss ich ja schon, weil... Das ist jetzt ein bisschen kurios. Warte mal, was ist denn da hier? Ein Command Block und ein Kolben. Darunter. Okay, Klärchen. Okay. Wo mich jetzt mal... Ah, ey. Wo ist das Loch? Ach da. Hä, doch das Loch. Aber, 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 aber. Oh, Mann. Ich war schon so nah. Funktioniert das auch? Hallo? Hallo? Das funktioniert doch nicht. Hm. Ja, schade. Was ist das denn? What the fuck? So, das ist ein... Das ist ein... Nee, oder? Das ist ein Auto. Soll man da irgendwie reinkommen? Ich baue mich da jetzt mal einfach rein. Na, komm schon. Moment, Moment. One moment. Ja. Nee, jetzt habe ich den scheiß Rahmen aufgehauen. Ja, so schlecht sieht das nicht aus. Also, das geht schon. Also, also... Aber was soll das sein? Handschuhfach? Soll man da diese, 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 diese Knöpfe finden, oder was? Alter, ich will nicht wissen, wie, wie ist da unten auf? Nee. Gibt es auch einen Kofferraum? Zufälligerweise. Läh, da ist eine Leiter dran. Alles klar. Oh. Ist der Kofferraum. Da liegt anscheinend auch das Ersatzrad drin. Wie gesagt, ich habe die Map vorher nicht gespielt und irgendwie funktioniert die auch gerade nicht. Ich gucke mir die Map jetzt einfach mal an, so. Okay, was ist das? So ein kleiner Wald, würde ich mir jetzt mal sagen. Das Auto ist lollig. Meine Fresse, was ist denn das hier alles? Oh, warte mal. Ui. Äh. Äh. Wir können jetzt gern mal wieder auf... Äh, gehen wir jetzt... Wieso habe ich Game Mode geschrieben? Nein, komm schon. Hm, gar meh. Mode, so. Na komm, so. Zwei. Okay. So, und jetzt? Rüber. Vielleicht sind die Command-Blöcke deswegen nicht gegangen. So. Free Spawns. Hä? Schwämme? Wo brauche ich denn bitte Schwämme? Äh. Bringt mich das Wasser um, wenn ich da reingehe, oder... Darf ich die abbauen? Ja, was? Äh. Äh. Hm. Stage 3 Ozeantempel. Ja, das sehe ich auch. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Die Schwämme da abbauen? Ich kann die ja nicht mal setzen. Was ist das? Oh, Alter, das nervt voll. Hey, was ist denn da das Ziel? Über dieser Map. Über diesen Ding hier. Ist jetzt voll irgendwie, wie, 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 irgendwie... Äh. Hä? Och, nee. Echt jetzt? Hm. Also, das... Das Ziel bei der Map ist irgendwie... Finde... Ähm... Finde die Knöpfe. Oder sowas. Oh, das ist... Oh, das ist... Och, das ist doch beschissen. Oh. Der Schalter geht nicht. Dieser verfickte Schalter geht nicht. Geht's da noch weiter? Äh, das sieht aus... Wie entweder. Okay. Ich komme aber nicht in dieses Mikroloch rein, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo der Knopf ist. Das heißt ja, drücke den Knopf. Tomb Raider? Äh. 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 Könnt ihr mir... Aha. Da hoch. Aber wie kommt man denn... Soll man da hochkommen? Tu mal hier... Nee. Hä? Soll man da hochkommen? Jetzt muss ich... Ich glaube, ich bleib jetzt mal auf... Game Mod 1, weil irgendwie... Oh, Digga, willst der mich... So. Okay. Hey, wie wäre man denn hier hochgekommen? Was ist denn überhaupt da? Der Knopf funktioniert nicht. Der Schalter. Gibt's hier irgendwo einen Knopf? Ah, der hätte den... Oh, Mann. Der hätte... Oh, mein Gott. Der hätte den wahrscheinlich... Deaktiviert. Ähm. Der Schalter hat anscheinend den Kolben deaktiviert. Und wo ist jetzt der Knopf? Oh, Gott. Was haben wir jetzt hier? Ein Bügelzimmer? Oder... Babyz... Ein Klavier? Dein Ernst? Das ist ein Musik... Musikzimmer, oder? Das ist eine Box hier. Eine Gitarre. Und so ein Bongo. Okay, verstehe. Und jetzt... Jetzt soll man da den Knopf... Lel. Also... Just another house stage. Oh, Mann. Das ist also... Das ist eine richtig fiese Map. Also... Mal ernsthaft. Das ist... Alter, nein. Das sieht aus wie ein Flugzeug oder so. Und irgendwo da soll die Map... Soll diese blöde... Ähm... Der blöde Knopf versteckt sein. Also... Nee. Also ernsthaft. Also diese Map... Ich... Das ist... Hä? Warte mal. Jetzt geh ich mal da hoch. Guck dir mal, was da oben ist. Oh, Digga. Noch mehr Zimmer, Alter. Nee. Der Knopf. Hallo. Knöpfchen. Knöpfchen. Wüsche. Hallo. Oh. Also das Badezimmer... Muss ich sagen... Ist ganz nett. Das ist ganz nett gemacht. Muss ich wirklich sagen. Aber ich sehe hier keine Buttons. Gibt es noch ein anderes Zimmer? Da hinten ist noch eins. Äh... Noch ein Badezimmer? Ja, was ist das denn? Wo ist denn da der Knopf? Äh... Nee. Hinter dem Bild war er nicht. Hä? Alter. Die Map ist voll... Verwirrend. Und... Oh Gott. Hey, da hinten war auch noch ein Raum. Wie jetzt? Jetzt. Hey, kann da hinten ein Raum? Alter. Das ist ja mal so richtig fies. Und der funktioniert nicht, dieser Scheiß-Schalter. War der vorher oben oder unten? Ich glaube... Ist da was passiert? Irgendwo. Irgendwo. Hä? Soll der Schalter irgendwas machen? Ich bin mir jetzt da gar nicht sicher. Äh... Pff. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Ich bin mir jetzt da nicht sicher. Warte mal. Signal geht da... ...runter? Hier? Ernsthaft? Egal. Komm schon. Wo ist denn hier? Wo könnte es hingehen? Waren wir da? Ich glaube, das war die Map, oder? Wenn ich mir jetzt nicht rechts... ...recht... ...beirre... ...dann war das die Map, oder? Wir waren... Was ist das für ein weißer Klumpen da? Da muss ich jetzt immer hinfliegen. Was ist denn das für ein weißer Klumpen? Läh. Ist das das Ziel? Ist das das Ziel hier? Special to thank Pat and Jen. Der... ...youtube-Channel... ...gaming with Jen. Ähm... Oh, toll. Oh, danke. Ihr gebt mir die Blumen. Oh, das ist aber voll nett. Map-Creators von Herobrine. YouTube-Channel. Oh, gut. Das könnt ihr... Das könnt ihr euch mal angucken. Ich gucke es mir, denke ich, mal auch an. Aber... ...pfff... ...thank you for playing. Also, auch wenn ich ein bisschen gecheatet habe. Also, die Map ist ganz schön fies. Ähm... Die ist ganz schön fies. Aber gut. Ähm... Wir gehen auf die zweite Map dieses Videos. Und das wäre in dem Fall... Machen wir das da. Erstmal die langweiligeren und dann mach ich mal die... ...die ein bisschen spannender sind. Wacht, das Video geht schon 14 Minuten. Okay. Map-Creator. Cool-Cavi-YouTube. Ähm... Map-Helper-My-Brother. Achso, sein Bruder hat ihm geholfen. Okay. What the fuck? Was soll ich da machen? My-Media. YouTube. Ah. Okay. Äh. Achso, da ist der Link. Achso. You... Kill-Yourself-Map. Wie jetzt? Kill-Yourself-Map. Hä? Huh? Back to the Lobby? What the fuck? Was soll ich mit dem Diamantschwert machen? Hi. In der Haupthand. Äh. Äh. Und jetzt? Hi. Geil. Ich kann... Mir eiskalt? Nee, im Ernst. Ja, geil. Okay. Soll ich mir jetzt das Zeug anziehen, oder was? Nein, ich würde es dem Typ nicht geben. Oh. Und jetzt? Achso. If you spawn a different teleport to... Thank you. Ne, wie jetzt? Äh. Hey, ich kapier die Sache jetzt grad, ne? Hm. Was steht nochmal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, was steht nochmal in dem Buch? 4, 7, 5. Hey, if you spawn in a different... Warte mal. Äh. GameMode. GameMode. 1. W-what? W-what? What's that? What's that for map? Das sind Command-Blocks drin. W-what the fuck? Was ist denn das? Ich find hier so blöde Maps. Die heißt ja auch Puzzle Minecraft. Nur so mal zur Information. Achso, mit dem Diamant... Hm. Das ist ein volles Labyrinth. Was platziert wir jetzt? Schön mir die Dinger leuchten, wenn ich komme. Was... Was... Was ist das? Hier. Ich verirr mich hier voll. Was ist das? Das ist voll gruselig. Auch wenn ich... Auch wenn ich ein Kreativ bin. Alter, nein! Nein! Äh. 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 Alter, nein! Nie im Leben. Was... ... ... ... ... ... ... ... Oh. Hä? Ist da überall Lava drin oder was? Hä? Hä? Alles klar, okay. Ich verstehe zwar nicht, was das ist, aber... ... Ich glaube, die Map ist nicht wirklich interessant, irgendwie. Oh! Hüpfen! 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 Go kill yourself! No one likes you! Oh. Ich weiß, was die da machen wollen. Was ich machen soll. Hä? Ich versuche da vorbeizuspringen. Ich komme aber nicht auf die Leiter. Oh, das ist unfair, Alter. Das ist voll scheiße. Oh, Alter. Nein! Jetzt soll ich hier hoch... Ich glaube, das sind nur irgendwelche komischen Arenen, irgendwie für irgendwas oder sowas. Und. Äh. 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 Was soll ich mit den Dingern machen? Ach du fuck, was soll das sein? Soll ich hier alle Knöpfe ausprobieren oder? Oder was? Also, nee. Egal. Dann sagen wir einfach mal, bis zum nächsten Video. Oh, leuchert noch den Skin da. Äh. Äh. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Video. Und ja. Es hat mir eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Nächstes Mal gibt es wieder zwei, denke ich mal, bessere Maps. Und ja. Dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Video. Das ist eine gute Bewertung da. Schreibt mir in die Kommentare. Und ja. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.